Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um das TCP oder die TCP Variante, die bei Linux eingesetzt wird. Und zwar das sogenannte Cubic TCP. Cubic werden wir gleich sehen, weil es irgendwo ein hoch 3 drin hat. So, im Prinzip ist die Formel relativ ähnlich zu dem, was wir letztes Mal gemacht haben. Wir wollen natürlich auch wieder rausfinden, wie hoch ist denn eigentlich mein Fenster. Das heißt, bis wohin kann ich mich denn so ungefähr dran ansteuern? Also, wo muss ich mich annähern dran? So, und ja, die Formel dafür schreibe ich euch gerade mal ganz kurz hier auf. Die ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Und zwar haben wir das Fenster W, das wir optimalerweise erreichen wollen, ist gleich C mal. So, und jetzt kommt der Cubic Teil T minus K. Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen, was das genau ist. Hoch 3. Ich mache hier mal Leerzeichen rein, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Plus W maximal. So, und jetzt noch ganz kurz sofort die Formel für K. Nein, nicht so klein. Die Formel für K auch relativ einfach. Wir haben hier einen Faktor am Anfang. Also, normalerweise nennt man den nicht direkt. Ich werde jetzt wieder mal hier 0,5 direkt hinschreiben. Für TCP Reno ist er nämlich immer 0,5. Man kann hier auch was anderes benutzen, zum Beispiel, keine Ahnung, 2 oder sowas. Aber wir nehmen normalerweise immer 0,5. Deswegen schreibe ich den mal direkt hin. Mal W maximal. Das ist wieder mal das W max, das wir auch oben schon hatten. Geteilt durch C, die Konstante. Und jetzt, Achtung, das Ganze hoch ein Drittel. Hoch 1. Ups. Ja, das geht nicht, ne? Okay, dann schreibe ich das Ganze so hin. Hoch 1 Drittel. Was so viel bedeutet, wie die dritte Wurzel daraus. Also, das ist dasselbe. Die dritte Wurzel daraus oder hoch 1 Drittel. Ist eindeutig dasselbe. Ähm, wie gesagt, wir machen hier keinen Mathegrundkurs, sondern wir machen Rechnernetze. Okay, was das jetzt bedeutet, ist relativ interessant. Und zwar, wir haben hier tatsächlich nicht nur irgendwie das Fenster mit einberechnet, so wie wir es bisher gemacht haben, sondern wir berechnen hier erstmal noch mit einer Konstante. Diese Konstante, die ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich benutzbar. Aber, was noch interessanter ist, wir benutzen hier eine Zeit T und einen W max. Diese Zeit T ist die letzte, die Zeit seit dem letzten Stauereignis. Das heißt, wenn wir hier unten mal gucken, wenn wir hier sind an diesem Fleck, also da, wo diese, äh, wo diese gerade, äh, diese Strecke runterkommt, dann wäre die Zeit T W halbe. Wenn wir jetzt uns hier befinden, wäre sie W viertel. Also immer so lange, wie jetzt seit dem letzten Stau vergangen ist. Und das bringt uns sehr, sehr viel weiter, weil wir wissen ungefähr, wo auf der Kurve wir gerade eben nach oben gehen. Und das möchte man auch ein bisschen machen. Man möchte also nicht mehr dieses Prinzip haben, ich möchte hier wieder multiplikativ kleiner werden, sondern ich möchte mich möglichst nahe an dieses W ran schmiegen. Und wenn es dann wirklich mal eine Stausituation gibt, dann stürze ich ab, ist okay. Aber ich möchte möglichst schnell, möglichst nahe hier dran an das W kommen und mich dann möglichst lange, sehr, sehr nah an dem W aufhalten. Okay, aber es kann natürlich auch sein, dass das W irgendwann mal wieder größer wird. Deswegen muss ich auch mal ganz vorsichtig testen, ob kann ich da vielleicht ein Stückchen durchgehen. Und falls ja, dann ja. Aber es kann natürlich, wie gesagt, hier immer so ein bisschen, kann auch mal hier unten landen, kann auch mal da oben landen. Ähm, all das ist möglich, weil die Stausituationen sind ja nicht konstant. Die können sich ja durchaus ändern. Und damit muss man immer umgehen. Das ist nicht ganz so einfach. Okay, was man jetzt also macht, ist folgendes. Man hat diese komischen Formeln hier. Ich möchte das aber mal grafisch machen. Ähm, und zwar, was hier passiert, ist folgendes. Wir nehmen jetzt einfach mal an, wir haben ein altes W-Max. Das ist hier. Ähm, ich färbe das gerade mal in rosa ein. Das ist unser altes W-Max. Das heißt, das ist das Staufenster, das bei dem letzten, ähm, oder die Fenstergröße, die wir bei dem letzten Stauereignis erreicht hatten. Das heißt, wenn wir irgendwann mal auf den Stau kommen, sprich zum Beispiel hier, dann wäre das das alte Fenster. Das möchten wir uns sozusagen merken. Und, äh, damit können wir jetzt weiter agieren. Okay, was man jetzt macht, ist folgendes. Wir nähern uns da dran an. Im allerersten Zustand mal, ähm, mit Slow Start. Das ist nicht der hübscheste Slow Start, den ich jemals gemalt hab. Ähm, wir probieren das Ganze nochmal, oder ich probiere das Ganze nochmal. Slow Start. So. Und wir fallen auf die Schnauze. Logischerweise, weil beim Slow Start, wir haben ja noch absolut keine Ahnung, was dieses W-Max überhaupt sein könnte bei dem ersten Mal, wo wir ansteigen. Das ist okay. Äh, da kommen wir auch nicht drum rum. Slow Start ist da das Beste, was wir haben. Ähm, wir stürzen auf die Schnauze. Das heißt, wir halbieren unser Fenster wieder. Ähm, ich male das gerade mal hier so hin. Also, das Halbieren, nachdem wir auf die Schnauze gefallen sind, beim ersten Mal, bleibt einfach genau gleich. So. Und jetzt wird's interessant. Jetzt kommen nämlich diese Formeln hier zum Tragen. Wie gesagt, jetzt können wir ein W-Max berechnen. Und jetzt können wir das benutzen. Das ist die Neuerung. Jetzt gehen wir hier oben so dran. Und zwar mit der Formel sieht das dann in etwa so aus, dass wir hier uns asymptotisch daran anschmieden. Okay? Gut. Ähm, und wenn wir jetzt natürlich hier bleiben, dann ist das ziemlich cool. Aber vielleicht nicht ganz optimal, denn es könnte ja wieder weitergehen. Und was jetzt passiert, ist folgendes. Wir benutzen, ähm, also wir nehmen jetzt einfach mal an, dass wir hier wieder, ne, wir benutzen tatsächlich, ähm, wir gehen einfach mal davon aus, dass plötzlich wieder ein, ein Fehlschlag eingetreten ist. Und wir wieder auf die Schnauze fallen. Und deswegen unser Fenster wieder, ähm, halbieren. Also wieder hier runter landen. Einfach so, damit ich euch das jetzt gut zeigen kann, die verschiedenen Strategien, die bei, äh, bei Cubic-TCP zum Einsatz kommen. Das heißt, die erste Strategie, der Slow Start, bleibt uns erhalten. Die zweite Strategie ist hier das Anschmiegen an die, an die Kurve, die wir davor als W-Max gedeutet haben. So, und jetzt nehmen wir einfach mal an, jetzt ist die Stausituation hier weg. Das heißt, wir haben hier plötzlich keinen W-Max mehr, sondern unser W-Max ging nur bis hier. Und jetzt ist unser Netz wieder komplett frei. Sagen wir mal, was ist denn das? Warum geht denn das jetzt nicht richtig? Okay, ähm, und jetzt nehmen wir an, dass unser Netz frei ist und irgendwo hier oben ist die Stausituation. Also wirklich sehr, sehr weit oben. Was jetzt passiert ist folgendes. Wir testen uns aber, wir wissen es ja nicht, dass die Stausituation sich jetzt aufgelöst hat. Und was wir jetzt machen ist, wir gehen hier wieder so dran wie bisher. Merken, öh, hier kann man ja weiter. Und starten einen Slow Start und zwar wirklich bis oben hin. Also wirklich wieder, ähm, deswegen ist es hier hoch 3. Ihr seht vielleicht eine kubische Kurve. Wenn ihr mal in euren grafischen Taschenrechner oder vielleicht einfach irgendwo anders x hoch 3, guckt beim Wolfram Alpha nach. Ähm, ich schreibe es ganz kurz hierher. Ich habe gesagt, ich schreibe es ganz kurz hierher. Wolfram Alpha ist eine super Webseite. Und dort mal x hoch 3 eingeben. Und euch einfach mal die Kurve angucken. Daher kommt dieses hoch 3 hier. Beziehungsweise dafür ist dieses hoch 3 hier tatsächlich gut. So, ähm, was jetzt passiert ist eben, wir gehen erstmal ganz langsam an die Kurve ran. Dann erkennen wir, öh, wir können ja schneller nach oben gehen. Und dann gehen wir ratzfotz nach oben. Und irgendwann fallen wir wieder auf die Schnauze. Aber jetzt ist halt halbiert irgendwo hier. Das heißt, wir fallen nicht so tief. Ähm, ungefähr hier, das dürfte hinkommen. Vielleicht so. Und jetzt benutzen wir wieder diesen Schritt hier. Und, äh, tasten uns wieder so ran. Also, äh, ja, nicht ganz so. Ich habe echt schon mal hübschere Kurven gezeichnet. Aber mit der Maus ist das wirklich nicht so einfach. Glaubt mir das einfach mal. Ähm, so ungefähr. Ganz grob. Das heißt, die erste Hälfte von unserem hoch 3, dieser erste Hubbel, bleibt uns erhalten. Und irgendwann versuchen wir uns dann einfach mal wieder. Und gucken, ob eine Stausituation immer noch da ist. Und probieren es aus. Fallen auf die Schnauze. Und müssen uns dann halt so wieder rantasten. Tatsächlich ist es sehr, sehr viel effizienter als normales TCP, beziehungsweise als Reno, äh, zu den meisten Zeitpunkten. Was heißt jetzt zu den meisten Zeitpunkten? Naja, wir haben ein Problem in Netzen mit sehr, sehr kleiner Roundtrip-Time. Das heißt, in Netzen, wo wir relativ schnell hier so eine Erhöhung kriegen, ähm, da haben wir ein kleineres Problem. Aber in normalen Netzen, sage ich jetzt mal, ist es relativ gut. Ähm, und ja. Deswegen wird es auch bei Linux immer noch ziemlich genau so eingesetzt mit dieser wunderbar komischen Kurve, die wir hier so berechnen können. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Mal gibt es die Microsoft-Variante, Compound-TCP. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.